Oskar Fraulo ist nach einer erfolgreichen Laie zum FC Utrecht zurück bei Borussia Mönchengladbach und wird bereits als Hoffnungsträger gehandelt. Der junge dänische Mittelfeldspieler hat sich in der niederländischen Eredivisie weiterentwickelt und kehrt nun mit neuem Selbstbewusstsein an den Niederrhein zurück. Doch kann er seine neu gewonnenen Fähigkeiten und das gestiegene Selbstvertrauen nutzen, um sich bei den Fohlen durchzusetzen? Im Sommer 2022 wechselte Fraulo für 2 Millionen Euro Ablöse vom FC mit Jülan zu Gladbach. Zu diesem Zeitpunkt verfügte der damals 18-jährige Däne kaum über Erfahrung im Profibereich. In seiner ersten Saison bei den Fohlen kam er selten zum Einsatz, was seine Entwicklung stagnieren ließ. Die Laie nach Utrecht erwies sich jedoch als Glücksgriff. Fraulo erhielt die dringend benötigte Spielpraxis und glänzte mit zwei Toren und vier Assists in 32 Einsätzen im zentralen Mittelfeld. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt und nun kehrte er als gereifter Spieler zurück. Ich bin cleverer geworden, meine Laufwege sind besser, ich kann eine Position jetzt auch halten, erklärte Fraulo gegenüber der Bild. Diese selbstbewussten Aussagen zeigen, dass er aus seiner Zeit in den Niederlanden viel mitgenommen hat. Er betont, wie wichtig diese Saison für seine Entwicklung war. Das war eine sehr wichtige Saison für mich. Es war meine erste richtige Saison im Seniorenbereich. In Utrecht habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Ich habe verstanden, worauf es ankommt. Zurück in Gladbach sind seine Ambitionen hoch. Ich bin jetzt bereit für Borussia zu spielen. Das ist mein Ziel. Ich gebe mein Bestes, jeden Tag Vollgas. Ich will dem Trainer zeigen, dass ich spielen muss. Jeder Tag ist ein Tag, um mich zu empfehlen. Fraulo zeigt sich entschlossen und motiviert, sich im Kader von Trainer Daniel Farke zu etablieren. Doch der Konkurrenzkampf im Mittelfeld ist groß. Mit Julian Weigel, Rocco Reitz, Neuzugang Philipp Sander und Florian Neuhaus stehen starke Spieler im Zentrum bereit. Auch erfahrene Akteure wie Christoph Kramer und Menjou Korné sind noch im Verein. Fraulo ist sich der Herausforderung bewusst, bleibt aber optimistisch. Ich kann auf der 6 oder der 8 spielen. Natürlich haben wir viele Spieler auf diesen Positionen. Da muss man jeden Tag Leistung bringen. Klappt das nicht, dann spielen eben andere. Diese Einstellung zeigt, dass er bereit ist, hart zu arbeiten und sich dem internen Wettbewerb zu stellen. Neben seinen Zielen bei Gladbach hat Fraulo auch die dänische Nationalmannschaft im Blick. Nächsten Sommer haben wir eine U21-EM, da möchte ich dabei sein. Und dann irgendwann vielleicht auch mal in der A-Nationalmannschaft von Dänemark. Diese Vision zeigt seine langfristigen Ambitionen und seinen Wunsch, auch international Fuß zu fassen. Oskar Fraulo bringt frischen Wind und neuen Ehrgeiz nach Gladbach. Seine Entwicklung in Utrecht hat gezeigt, dass er das Potenzial hat, ein wichtiger Spieler für die Fohlen zu werden. Doch ob er sich in der hart umkämpften Bundesliga durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der junge Däne in der kommenden Saison präsentiert. Was denkt ihr, hat Oskar Fraulo das Zeug dazu, sich bei Gladbach durchzusetzen und ein Schlüsselspieler zu werden? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren.